Es war bis jetzt durchwachsen die Saison. Wir hatten gute Spiele dabei, schlechte Spiele dabei und persönlich haben wir viel gewechselt. Deswegen war ich schon öfters mal auf der Bank und habe auch Fassspiele gespielt. Der Höhepunkt in meiner Karriere war auf jeden Fall, dass wir in der A-Jugend Bundesliga gespielt haben und da auch ziemlich erfolgreich. Wir haben gute Spiele gehabt und das war auf jeden Fall der Höhepunkt. Mit der davorigen Hessenmeisterschaft sind wir aufgestiegen in die Bundesliga und das war echt ein Erlebnis. Ja, also den Aufstieg am liebsten mit Hadamard. Das wäre ein Traum. Natürlich den WM-Titel. Ich weiß nicht, ob die müssen das bestätigen, die gute Leistung von letztem Jahr und dann dürfte da sogar drin sein. comprendre. Bis zum nächsten Mal. Tz istilo liebe an! Untertitelung des ZDF, 2020